Umhang und Huhn aktivieren. Wie aktivierst du deinen Umhang und dein Huhn, das du durch den Kauf der Hero Edition bekommen hast? Das zeige ich dir in diesem Video. Zuerst musst du einen Helden bzw. einen Speicherstand auswählen. Wenn du noch keinen erstellt hast, solltest du dies nun tun. Dann drückst du auf Spiel starten und kommst in dein Lager. Jetzt musst du nur noch dein Inventar öffnen, auf das letzte Symbol bzw. kosmetische Gegenstände klicken und dort kannst du beide Sachen anlegen und dein Inventar wieder schließen. Hier kommst du zu einem Video, das YouTube extra für dich ausgesucht hat. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Hau rein und bis dann.